Was ist die Produktpalette? Unsere Produktpalette ist sehr vielfältig, in erster Linie natürlich Karnevalsorten, Pins und Anstecker. Zu unseren Kunden gehören neben den Karnevalsvereinen auch Industriekunden, Sportvereine und vor allen Dingen auch Schützenvereine. Am Anfang sitzt man mit einem Kunden vor einem weißen Blatt Papier, dann tauscht man sich aus, die ersten Skizzen entstehen, dann folgt die Reihenzeichnung und zum Schluss die fertige Auslieferung. Und das Gesamte ist halt ein sehr spannender Prozess. Handwerklich gut gefertigte Orden, das ist das eine, aber was uns ausmacht, das ist der kreative Input in der Entstehungsphase der Orden. Das Zeichnen hat mir mein Großvater schon früh mit auf den Weg gegeben. Wir waren im Aachener Wald oder in der Aachener Innenstadt unterwegs, haben Denkmäler und so weiter gezeichnet. Später habe ich ihm oft zugeguckt, wenn er Orden entworfen hat. Das hat er seit den 50er Jahren für unzählige Vereine gemacht. Und das ist für mich schon ein schönes Gefühl, wenn ich diese Tradition mit meinen Tätigkeiten fortführen kann. Meine ersten Orden habe ich noch ganz konventionell mit Bleistift und Wasserfarbe auf Aquarellpapier gemalt. Meine Erfahrung ist, dass der Fluss erstmal besser kommt, wenn man von Hand aus Papier zeichnet. In einem späteren Schritt ist es dann natürlich für die Reihenzeichnung praktikabler und auch genauer, wenn man über das Grafiktablett direkt in den Rechner reinzeichnet. Auf der Suche nach neuen Produktideen sind wir auf die Büste Kaiser Karls gestoßen, die im Original in der Domschatzkammer ausgestellt ist. Die Büste haben wir in Guss im handlichen Taschenformat als Souvenir aus Aachen nachproduziert. Auch wenn es sich um eine kleine Auflage handelt, jeder Kunde ist uns gleich wichtig. Wir produzieren natürlich nicht nur unsere eigenen Entwürfe, sondern setzen auch gerne die Vorlagen unserer Kunden um. Auch wenn hier und da schon mal die eine oder andere Reinzeichnung noch nötig ist, um das Ganze halt produktionstechnisch nachher genau umsetzen zu können. Die Basis für unsere Zusammenarbeit ist die Ergänzung unserer Tätigkeitsfelder, das Designerische und das Kaufmännische. Kennengelernt haben wir uns im Hofstadt im Karneval und aus einer Freundschaft ist eine Geschäftsidee entstanden und das ist Orden Exklusiv.